Hi! Leute und Willkommen zu dem ersten Part von Fuckkacken bzw. Heroes and Generals. Patrick ist auch mit am Start und ich würde sagen dann schauen wir mal was so auf uns zukommt. Schlecht aber geil. Das heißt ja nicht schlecht. Ja doch, verlieren heißt schlecht, aber... Aber hier kriegst du hart viel EP, weil wir jetzt endlich Krieg spielen. Guck mal, einfach mal 70 EP, nur für den Punkt. Ich fahr zum nächsten Punkt. Nein, 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 ich kann nicht anhalten, Alter. Sorry, du kannst gleich bei mir spawnen. Weil ich muss den Trupptransporter jetzt an der taktisch gute Position... Digga, schieß doch! Soll ich ... ... ... ... ... ... ... Ja, das ist halt eine gute Taktik. Die Deutschen sind da praktisch gar nicht. 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 Das ist so ein richtiger Krieg. Ich stelle uns den mal auf den Berg, ne? Die Deutschen sind da praktisch gar nicht. Die Deutschen sind da praktisch gar nicht. Ich serviere mit Fangmaus, aber ich sehe nichts. Rein, rein, rein. Ich habe mal unserem Trupp gesagt, er soll angreifen. Ja, lieber rein, rein, lieber rein, rein. Ja, ich gehe hoch. Ich habe einen. Ich habe noch einen. Ich habe einen Krieg gegen Deutschland. Das ist so epic. Das schaffen wir sonst nie. Das ist so epic. Das ist so epic. Das ist so epic. Das ist so epic. Warum? Nein, ernst. Alter, wir haben 3000 Leben. Sterne. Dann sind wir durch, ich fahr direkt weiter. Habe ich vor. Oh Gott, hoffentlich ist das eine geile Runde, Alter. VWed Union. 65% Bonus kriegen wir. Nice. Ah, aber dann geht kein Problem gegen Deutsche. Oh nein. Dabei geht los. Die haben ganz sicher Panzer. Den nehme ich nicht ein. Muss ein bisschen runtergehen. Hab ihn. Nice. Hart angeschlagen, Alter. Kannst du in dein Auto. Ich würde unbedingt snipen, Alter. Ist ja so cool. Wollen wir uns oben drauflegen? Da ist ein gegnerisches Auto, ja. Komm mal. Das ist ein bisschen tricky hier. Ey, nein, 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 nein. Komm runter. Hier. Wo denn? Ach da. Ach, ach, ach Gott. Warte, lass mich mal vorgehen, sonst wird das hier nichts. Okay, okay, okay. Komm. Jo. Du musst Fails auch noch reinschneiden, Alter. Ja. Das ist der Ultra-Fail, komm. Warte, der wollte springen. Springen und shiften. Springen, E drücken und shiften. Ja. Geht doch. Ich bin tot. Von unten, von unten. Kriegst du den? Nein. Alter, das war... Der war gut. Ja, das war ein Fail. Mal kurz Teamkill oder so. Ich bin ins Haus gegangen. Ich will die ganze Zeit ne Mosin, oder? Ich hab ne Granate gekillt. Was? Du hast ne Granate gekillt? Nein, mich hat ne Granate gekillt. Doch ernsthaft, das geht voll gut. Ich weiß, ich weiß, ich hab das schon mal gemacht. Oh, bei D3, anders ging es nicht. Wollen wir auch noch so ein lockeres Headset, da geht das. Ich def grad nur ein bisschen D4. Komm, Hanks ist wieder mit im Beiwagen hinter uns. Was? Ja, der Typ ist wieder mit dem Beiwagen. Versichern wir wieder D4, bitte. Damit ich jetzt spawnen kann. Ja, ich hab ihn. Ja, trotzdem nicht spawnen. Oh, die Granate. Oh, die Granate. Ja, ich konnte nicht anhalten, dann hat er mich gesniped. So. Deck dich. Weitermachen. Ja. Ach, ich fand da oben. Kannst das'n? Nee, nur verwundert. Schade. Ja, und was noch ein Problem bei mir ist. Wir müssen alleine bei U1. Ich brauche Hilfe. Wenn ich halt Musik höre, konzentriere ich mich auf die Musik und nicht mehr auf Gameplay. Und dann rede ich nicht und dann wird das Gameplay halt super langweilig. Vor allem, weil ich zur Zeit eher auf Deutschrap höre und da verstehe ich, was die sagen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Sehr gut. Hast du ihn erschossen? Einer bei den. Ich hab keinen Plan von wo. Wo du es von Green ist getötet? Guten Ideen. Ich brauche es in 4. Ja, stimmt wohl. O1 willst du jetzt einnehmen? Oh. Tschüss. Ähm, ja, okay. Scheißmaus-Auto würde ich sagen. Ich muss auch sagen. Hast du einen Roadkill gemacht, ja? Ja. Hast du alles clear? Ja, ich habe eine Mausen. Mit Scope. Nein, ich sterbe. Boah, Alter. Weißt du, du springst aus der Höhe ins Wasser und stirbst. Das ist voll unrealistisch. Ich werde nicht spawnen, sie wurden im Auto, Alter. Ich werde nicht spawnen, sie wurden im Auto, Alter. Ich werde gespürt. Da kommt immer noch. Wo ist es den Gegner? Ganzhaft. Alter. Ja. Boost. D3 wird auch schon eingenommen. Ja, wir haben D3 verloren. Was? Wo kam der denn her? Digga, da stand eins gegen eins. Boah, immer steht da einer mit Stummiger und tötet mich. Du hast keine Chance im Game. Keine, absolut keine. Weiß, weiß, weiß. Taktisch vorwiegen, Alter. Taktisch vorwiegen, Alter. Taktisch vorwiegen, Alter. Taktisch vorwiegen, Alter. What? Mit einem Schuss. Mit einem Schuss, Alter. Ja.